Von der A- und O-Deklination bist du es gewohnt, dass du meist das Geschlecht der Substantive eindeutig an den Endungen ablesen kannst. In der konsonantischen Deklination haben männliche und weibliche Substantive dieselben Endungen. Neutrale Substantive haben ihre eigenen Endungen im Nominativ und Akkusativ. Genauso ist es auch in der U-Deklination. Und du siehst bestimmt, woher die U-Deklination ihren Namen hat. Von den vielen U's. Vor allem die Endung U-S steht für mehrere Kasus. Merke dir, außer U-S im Nominativ Singular wird die Endung langgesprochen. U-S. Die Endung I-Bus kennst du schon von der konsonantischen Deklination. Die Wörter der U-Deklination sind zu 90% männlich. Doch es gibt vor allem zwei wichtige weibliche Substantive der U-Deklination. Domus und Manus. Bei Domus können auch Endungen der O-Deklination benutzt werden. Zum Beispiel Dormorum und Dormos. Aber die Formen sind in jedem Fall eindeutig zu bestimmen. Noch weniger Wörter der U-Deklination gibt's im Neutrum. In jedem Fall erkennst du sie an dem charakteristischen U in den Endungen. Merke dir also, Substantive der U-Deklination erkennst du am charakteristischen U. Lerne den Genitiv Singular auf U's immer gut mit, damit du die Wörter nicht aus Versehen der U-Deklination zuordnest. Und fast alle Substantive der U-Deklination sind männlich. Hey, ich hoffe dir hat das Video gefallen und dass wir dir weiterhelfen konnten. Wenn du jetzt noch den Stoff richtig festigen willst, dann schau mal auf LearnAttack.de vorbei. Dort findest du zu jedem unserer Videos passende interaktive Übungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Den Link findest du in der Beschreibung zu diesem Video. Wenn du dann auch all das Gelernte überprüfen willst, dann haben wir noch echte Klassenarbeiten von richtigen Lehrern für dich. Samt Musterlösungen natürlich. Also schau einfach mal rein auf LearnAttack.de.